Hi, mein Name ist Martin Jäger. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema LinkedIn automatisieren. Why oder why not? Das Ganze werden wir in den nächsten Minuten hoffentlich klären. Ich komme quasi gerade aus der Live-Veranstaltung. Ich nehme meine Live-Veranstaltungen nicht auf und stelle sie dann ins Internet. Warum? Ich möchte die Privatsphäre und auch die Intimität aus so einem Live-Konzept nicht stören. Sonst machen die Menschen ihre Kamera nicht an oder stellen die Fragen nicht. Wir kommen gerade wirklich aus ziemlich genau 60 Minuten Webinar und haben einige spannende Fragen auch mitgenommen. Ich versuche diese Fragen hier mit einzuarbeiten und wir starten jetzt allerdings. So, jetzt gebe ich dir mal den Bildschirm frei und zwar LinkedIn. Warum oder warum nicht? Heute haben wir den 29.01.2024. Es ist 10.10 Uhr. Von um 9 bis um 10 hatte ich das Original. So, mal generell. Wer bin ich? Ich helfe Unternehmen, smart zu arbeiten, kümmere mich mittlerweile viel um das Thema Tools und Techniken, künstliche Intelligenz, Zeitmanagement. 40% meiner Kunden sind Personalberater und Headhunter. 40% meiner Kunden sind Personaldienstleister und 20% meiner Kunden sind tatsächlich klassische KMU-Unternehmen, wobei es auch Unternehmen unter diesen 20% gibt, die über 20.000 Mitarbeiter groß sind. Das ist jetzt wieder fraglich, ob das noch KMU ist. Aber die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die 1.1, nämlich wir haben verstanden, wir müssen uns verändern. Deutschland lebt in einer kleinen Blase oder hat in einer kleinen Blase gelebt. Und eben dieses Thema Automatisierung, was wir heute haben. Wir reden ja ganz viel über KI. Viele KI-Anwendungen sind überdimensioniert und es reicht Automatisierung und darum kümmern wir uns heute. Vorab für dich. Ich teste gerade auch ein Tool für LinkedIn mit dem Thema künstliche Intelligenz, wenn ich da ein positives Testergebnis habe. Ich habe jetzt schon drei Softwares getestet, mit denen ich nicht zufrieden war. Wenn ich eine Software teste, mit der ich zufrieden bin, wo ich quasi automatisiert mit KI individuell Leute anschreiben kann, was natürlich sehr stark im Active Sourcing, im Game Changer wäre, dann gebe ich das hier auf den Kanal bekannt. Also gerne auch abonnieren und natürlich auch kommentieren, wenn du Fragen hast. Immer raus damit. Diese Präsentation findest du übrigens unten in der Beschreibung. Also du kannst die auch weiterleiten. Ich gebe den Kenwa-Link raus. Das heißt, du kannst das mit allen dynamischen Elementen auch durchswipen. Wenn du die PDF haben möchtest, schreib mir einfach kurz eine E-Mail, dann schicke ich dir gerne die PDF dazu. So. Was kostet ein White-Color-Mitarbeiter und was kostet ein Kunde? Das ist natürlich sehr elementar, diese Frage. Warum? Weil beide Fragen zahlen ja darauf ein, soll ich Geld in die Hand nehmen, um irgendwelche anderen Aktionen zu starten. Und viele von euch nehmen schon Geld für beide Bereiche in die Hand. Das heißt, entweder, um neue Mitarbeiter zu finden, ob das ein Headhunter ist, ein Personalberater, ob das Tools sind, ob das CM-Lösungen sind, ob das in LinkedIn die Recruiter-Lizenz ist oder, oder, oder. Und natürlich das Gleiche beim Kunden, sehr stark auf das Thema Marketing, Ads schalten, etc. Das ist natürlich die Frage, was kostet das denn? Und es gibt zwei pauschale Antworten, die mögen jetzt bei dir natürlich vielleicht nicht stimmen. Aber ein White-Color-Mitarbeiter neu eingestellt bis Ende Probezeit kostet dich rund 54.000 Euro. Gruß geht raus an all diejenigen, die ihren Mitarbeitern keine 5.000 Euro Lohnerhöhung im Jahr geben wollen. Da kann ich einen Mitarbeiter elf Jahre lang mit 5.000 Euro mehr laufen lassen. Oder ich kann natürlich einen neuen Mitarbeiter suchen. Und bei dem Thema Kosten, da gibt es mehrere Zahlen. Ich habe mir mal jetzt die rausgenommen, die natürlich auch für mich passt. Ich traue keiner Studie oder Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich finde die 50% des potenziellen Auftragsvolumens eigentlich sehr angenehm, weil sie für jeden individuell rechenbar ist. Das heißt, wenn du sagst, ich bin ein Staffing-Unternehmen und ein neuer Kunde bedeutet bei mir 25.000 Euro Umsatz, weil er ein Placement pro Jahr oder im ersten Jahr haben wird, dann ist Cost per Client eben bei dir 50% von 25.000 Euro. Also so auch bei Software-Unternehmen, auch bei mir persönlich kommt das schon ungefähr hin. Also das heißt, dass diese beiden Zahlen werden uns ein wenig verfolgen oder sind zumindest nicht ganz unwichtig für den Case. Generell, LinkedIn hat eine Milliarde Nutzer. Dazu gibt es, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Zahlen. Ich nehme die Zahl vom LinkedIn-Post vom COO von LinkedIn, der letztes Jahr im November geschrieben hat, dass sie die eine Milliarde Grenze erreicht haben. Bei LinkedIn auf der Zahlen-Daten-Fakten-Seite findest du 850 Millionen. Beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt, es sind viele. Die höchste Dichte an Entscheidungsträgern, die es im Internet an einem Ort gibt, die höchste Dichte an White-Collar-Talenten, die es im Internet gibt. Wir haben in LinkedIn einen Akademisierungsgrad von rund 75%. Das heißt, wenn du sagst, mir ist es wichtig, Menschen mit einem Studium einzustellen, ein netter Seitenhieb, Menschen ohne Studium können oft auch viel, dann ist aber trotzdem LinkedIn natürlich das Richtige für dich. 75% der Nutzer sind männlich, 43% der Nutzerinnen sind weiblich, also wir haben ein fast paritätisches Verhältnis. 80% der Mitglieder, und das ist tatsächlich mir immer eine sehr wichtige Zahl bei meinen Impulsen, sind unter 35 Jahren alt. Also rund 20% sind 18 bis 25 und 60% sind tatsächlich zwischen 25 und 35. Und das beantwortet auch ganz, ganz oft dieses, ja, es ist so egozentrisch geworden, Selfies, der Business-Charakter ist so ein bisschen verloren gegangen. Es liegt halt daran, dass ein 35 oder ein 30 oder ein 25-Jähriger eben nicht interessiert, dass deine Maschine PX-2353 heißt und ein Kilojoule mehr Druck hat, sondern 20, 25-Jährige interessiert halt Geschichte. Die interessiert dieses How-to, also wie ist jemand erfolgreich geworden, wie wurde die Maschine entwickelt, warum wurde sie entwickelt, wer hat da dran teilgenommen. Und die interessiert halt nicht, dass es ein Kilojoule mehr Druck ist. Also das ist natürlich, trotzdem interessiert die das, aber das ist nicht der Aufhänger des Interesses. Oder dass du als Arbeitgeber gerade jemanden suchst, cool für dich, interessiert halt keiner draußen. Die Menschen interessiert, warum soll ich denn wechseln? Was macht euch besonders? Wir müssen die Rhetorik von ich mir zu dir euch drehen. Also ich suche, mir ist wichtig, du bekommst, bei uns muss es dann heißen oder der Chef oder die Chefin unterstütze ich dort oder dort. Jede Minute werden acht Stellen über LinkedIn besetzt. In Amerika tatsächlich laut aktuellen Zahlen, was ich gelesen habe, 35 Prozent aller Stellen werden nur noch über LinkedIn besetzt. Also da gibt es weniger Konkurrenzkampf unter den Stellenportalen in Deutschland, mit Sicherheit noch ausbaufähig. Über 58 Millionen Firmen sind auf LinkedIn und es hat die beste B2B-Conversion-Rate, die es aktuell im Internet gibt. Ich glaube, die nächstbeste hat Twitter und ich meine, das ist 50 Prozent von LinkedIn. Ist aber so, dass LinkedIn natürlich auch die teuersten Preise hat, die es momentan am Markt gibt. So, Funktionen. Ich gehe jetzt natürlich nicht über alle Funktionen hinweg, sondern mir geht es um die aktiven Funktionen. Also die aktiven Core-Funktionen ist, ich kann mich vernetzen. Das heißt, du kriegst ja eine Notification. Hallo, der Martin will sich mit dir vernetzen. Liken, du kriegst eine Notification. Der Martin hat irgendwas geliked. Kommentieren, auch wieder dasselbe. Du kriegst eine Notification, einen Beitrag schreiben. Das heißt, du siehst, der Martin hat da irgendwas geschrieben. Umfragen, Beiträge in Gruppen, Events veranstalten für Community-Page oder Events einladen oder eben Nachrichten schreiben. So, das ist aber ganz wichtig, auch den Unterschied zu erkennen, weil es gibt ja auch reaktive, also nicht aktive Funktionen, wie beispielsweise Lesen, Scrollen und so weiter und so fort. Und witzigerweise gibt es viel, viel weniger reaktive Funktionen als aktive Funktionen. Aber es gibt in Social Media die 90-9-1-Regel und die heißt 90% lesen, 9% liken und kommentieren und 1% erstellt Content. Da möge der Pfennig-Fuchser da draußen jetzt neuere Statistiken zitieren. Ich glaube, auf LinkedIn, wenn man Amerika mitzählt, sind es 3%. Wenn du Amerika rauszählen würdest, wäre es, glaube ich, in Deutschland 1% oder weniger sogar. Aber so generell ist das schon gütig. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, auch die aktiven Funktionen sich mal so zu betrachten und sich dann vielleicht auch die Frage zu stellen, wie oft nutze ich denn aktive Funktionen von LinkedIn? Weil nur wer aktiv ist, fällt auf. Und ansonsten bist du halt eine Datenleiche bei Martin Jäger in seinen 18.000 Kontakten. So, am Ende der Zeit ist die universelle Währung natürlich Zeit. Ich habe hier mal diese vier Funktionen, die man eigentlich federführend nutzen sollte, also wöchentlich auch wirklich verbrauchen sollte, sind einmal Vernetzungen. Jeder von uns hat von Sonntag bis Sonntag 100 Netzwerkanfragen frei. Die wenigsten verbrauchen sie, was total schade ist. Warum? Weil selbst wenn du jetzt gerade keinen Fullstack-Entwickler brauchst, vernetze ich doch mit denen. Wenn du die in zwei Jahren brauchst, bist du froh, wenn du 40 in deinem Netzwerk hast. Und wenn du das übers Handy machst, das heißt, du gibst oben einen Fullstack-Entwickler und gehst dann auf Vernetzen, 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 Vernetzen. Da wird dir auch nicht die Frage gestellt, mit Nachricht oder ohne Nachricht. Dann nehmen rund 30 Prozent der Leute die Vernetzungsanfrage an. Laut eigenen Studien oder eigenen Tests, die ich gemacht habe, ist es so, wenn du eine Frau bist, sind wir teilweise bei 50 Prozent. Bei Männern, wie gesagt, ungefähr bei 30 Prozent. Und wenn du eben diese fünf Minuten investierst, wenn du 100 Vernetzungsanfragen mit einer Copy-Paste-Nachricht rausschickst, das heißt, hallo, Herr Schmidt, ich würde mich gerne mit Ihnen vernetzen, mit freundlichen Grüßen, Martin Jäger, dann dauert das Ganze schon wieder 40 Minuten. Warum? Weil du musst ja klicken, gucken, Copy-Paste, senden, Nächster. Dann nehmen tatsächlich nur noch 20 Prozent der Leute die Vernetzungsanfrage an. Also bitte keine Copy-Paste-Nachrichten. Das blockiert dich eher. Dann würde ich dir eher sagen, hau es ohne Nachricht raus. Sparst du nicht nur Zeit, sondern ist auch die Quote höher. Oder du sagst natürlich, ich nehme wirklich Zeit und gehe drauf und sage, Herr Müller, das ist ja toll, endlich mal wieder ein Mann mit Krawatte. Ich würde mich gerne mit ihm vernetzen. Oder Frau Schmidt, interessanter Vortrag. Ich habe gerade gesehen, sie haben nächste Woche im Webinar, weiß ich nicht was. Also so, dass ich wirklich sage, jemand kriegt einen Bezug oder der hat gesehen, ich schreibe das nur ihm. Dann sind das über 60 Minuten in meiner eigenen Testung und eben auch in der Testung, die meine Kunden haben. Dann haben wir, oder das empfehle ich, dass wir 50 Likes pro Woche vergeben. Die meisten brauchen dafür 60 Minuten. Die wollen ja nicht alles liken, die wollen dann auch lesen. Mit dem Lesen lernst du natürlich auch was, wenn du selber mal in die Richtung Content Creation gehst. 60 Minuten, 20 Kommentare schreiben, auch wieder 60 Minuten. Und im Idealfall schreibst du natürlich mindestens einen Beitrag selber. Also hier steht jetzt 60 Minuten. Das kannst du dir natürlich mit KI ein bisschen reduzieren. Wichtig, hat jetzt nichts mit LinkedIn-Automatisieren zu tun. Aber wenn du mit KI schreibst, lass es nicht schreiben, sondern gib vor, was es schreiben soll. Also ich nutze immer die Sprachfunktion. Das heißt, ich labere da was rein und sage, hey, ich will einen LinkedIn-Beitrag schreiben. Mir ist aufgefallen, das, das und das erzählen meine Kunden. Das und das habe ich letztens gemacht. Also ich gebe trotzdem den Input. Und die KI ist dafür verantwortlich, das zu sortieren und schön zu machen. Und ich kann das wir in mein Handy reinsprechen. Schlechter Content. Und ich gerne kommentieren. Ich kenne ganz wenige, die KI-Content nicht erkennen. Also natürlich gibt es sehr guten KI-Content. Den erkennt man auch nicht. Ich habe so den Mainstream-KI-Post. Der kriegt A, kein Traffic. Und B, schadet er dir eher, weil es dann heißt, ah ja, komm. Und übrigens zwei kleine Tipps. Liebe LinkedIn-Community, weiß ich KI. Ich hoffe, diesen Beitrag liest du bei bester Gesundheit. Also das ist dieses englische, I hope you get well oder sowas. Also das kriegt die KI teilweise nicht raus. Oder Sternchen-Sternchen. Also LinkedIn-Chat-GPT macht ja mit Sternchen-Sternchen-Texte fett. Und wenn du das eins zu eins copy-pastest und dir nicht mal die Zeit nimmst, Sternchen-Sternchen wegzumachen oder die Texte mit einem Unico-Text-Converter fett zu machen, dann darfst du auch nicht sauer sein, wenn die Leute deine Beiträge nicht lesen. So, weiter geht's. Was kann ich denn alles automatisieren von diesen aktiven Tätigkeiten? Ich kann das Vernetzen automatisieren. Ich kann das Liken automatisieren. Ich kann das Kommentieren automatisieren. Ich kann für die Company-Page oder für Events einladen. Bei der Company-Page musst du Admin sein oder also eine der, also kein Follower, sondern du musst einen offiziellen Titel haben. Da gibt es, glaube ich, Full-Admin und also gibt es verschiedene Titel. Kann ich dir gerade aus dem Kopf nicht sagen. Können wir theoretisch gleich gucken. Und Events einladen. Events ist auch witzig, weil es nicht mal deiner sein muss oder der von deiner Firma. Du könntest auch bei mir auf Teilnehmen klicken und dann kannst du sagen, oh, ich lade da nochmal fünf von meinem Netzwerk ein. Oder natürlich, und das ist der wertigste Kontakt, wenn du ihn wertig gestaltest, ist natürlich das Thema, ich schreibe jemandem eine Nachricht und auch hier gibt es wieder den Unterschied, es gibt die sogenannten In-Mails. Die kannst du dir mit Premium-Mitgliedschaften quasi auffüllen. Du kannst die auch einzeln kaufen. Mal normal nach kompletter Schwachsinn, weil wenn du mit jemandem vernetzt bist, kannst du mit dem unlimitiert schreiben. Du kannst auch mit jemandem schreiben, wenn du mit dem in derselben Gruppe bist oder mit dem im selben Event warst. Das heißt, wenn du dich für mein Event angemeldet hast heute und jemand anders hat sich für den Event angemeldet und ihr seid beide bei meinem Event angemeldet, musst du nur in die Event-Übersicht und dann kannst du nämlich diesen Menschen schreiben, auch wenn du nicht mit ihm vernetzt bist. Und das Gleiche funktioniert auch in Gruppen. Das zum Beispiel kann auch automatisiert werden. Finde ich sehr spannend, weil das natürlich ja nach draußen hin sehr hochwertige Kontakte sind. Gut, der Link-Telper an sich ist aktuell noch ohne KI. Also es arbeitet quasi einfach das ab, was du sagst. Es ist halt eine Automatisierung. Link-Telper sagt von sich selber, es wurden noch nie Profile gesperrt aufgrund unserer Software, sondern es wurden halt Profile gesperrt, weil es ganz viele Menschen gibt, die nicht damit umgehen können und dann 500 Leute an einem Tag anschreiben mit derselben Nachricht und das findet halt LinkedIn ziemlich doof. Ich persönlich habe drei Sperrnachrichten bekommen, bevor ich den Link-Telper benutzt habe. Und seitdem ich den Link-Telper benutze, habe ich keine Sperrnachrichten bekommen. Ist aber immer wieder ein Thema, ist auch ein wichtiges Thema. Der Profilschutz geht natürlich vor. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass ihr immer drei Warnungen von LinkedIn bekommt. Das heißt, da kommt dann Warnung 1, du wurdest, glaube ich, eine Stunde gesperrt und dann musst du so ein Häkchen setzen. Ich benutze keine Automatisierung. Ganz, ganz häufig passiert das nicht, weil du Automatisierung benutzt, sondern weil du entweder oben zu viele LinkedIn-Tabs offen hast. Also viele mal rechte Maustaste Profil öffnen, rechte Maustaste Profil öffnen, mit den Tabs sehr sparsam umgehen und oder, weil du halt viele Nachrichten mit derselben Message, also mit derselben Nachricht, exakt derselben Copy-Paste-Nachricht in relativ kurzer Zeit anschreibst. Das solltest du weder mit Automatisierung, ohne Automatisierung, also es gibt auch noch 10.000 andere LinkedIn-Automatisierungstools. Ich glaube, der Link-Telper 2, also ich habe ein paar ausprobiert, ist zumindest von der Funktionalität, vom Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter meiner Meinung nach mit weitem Abstand ganz vorne, aber das kannst du dir individuell angucken. Gut, so sieht das ganze Ding aus. Also das hier ist die Übersicht, die du bekommst, bevor du in LinkedIn dich einloggst. Also ich habe, also das hier sind jetzt drei Accounts, ich habe nochmal einen separaten Rechner, da laufen 10 Kunden-Accounts drüber, die das über mich eben einsteuern. Wichtig ist mir hier nur die Botschaft, du kannst halt in einem PC, was ja für den einen oder anderen Recruiting-Leiter oder Headhunter wichtig ist, zu sagen, okay, ich automatisiere hier alles über eine Schnittstelle bis 12 Uhr und von ab 12 Uhr verwaltet wieder jeder seinen Account selber. Aber du solltest natürlich, das ist eine wichtige Info, am PC überall abgemeldet sein, wenn du den Link-Taper benutzt. Also das heißt wirklich ausloggen. Handy ist egal. Also es gibt ja viele Menschen, die sind am Laptop in LinkedIn und gehen dann zur Kaffeepause und daddeln da am Handy rum. Also das ist für LinkedIn nicht dramatisch. Wenn du aber auf zwei verschiedenen IP-Adressen aktiv gerade Scrolls und Aktionen durchführst, dann findet das LinkedIn irgendwie komisch. Ist ja auch nachvollziehbar. Und so sieht das Ganze dann in der Übersicht aus. Also recht unspektakulär. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal ein schöneres Frontend. Wer weiß es, aber am Ende der Zeit funktioniert es. Never change a running system. Und hier habe ich euch mal, ich habe den Schreibfehler noch nicht, ich muss die Kampagnen noch ändern. 20 Vernetzungen am Tag solltest du rausballern. Bedeutet, in fünf Tagen hast du deine 100 voll. Wenn jemand neu in dein Netzwerk kommt, finde ich es halt immer cool. Bitte, bitte, bitte ohne Sales Pitch. Also da geht es einfach nur um ein Hey Peter, herzlich willkommen in meinem Netzwerk, grüße Martin oder weiß ich nicht, irgendwas Nettes, was ganz normal ist, ohne Hey Peter, wir sind die ABC GmbH, wir haben uns spezialisiert auf, hier ist der One-Pager, da kannst du dir einen Termin buchen, Unterschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, macht doch keiner. Also versuch da menschlich zu bleiben. Liken der Beiträge kannst du automatisieren, Einladung für Events, ganz wichtiges Thema. Nachhalten von Events, also auch ich werde dir höchstwahrscheinlich aus diesem Event, wenn du dich dort angemeldet hast, nochmal eine Nachricht schreiben, wo drin steht, hey, hier, guck mal, ich habe es nochmal abgefilmt, falls du es nicht gesehen hast oder falls du nochmal was nachgucken willst und kann damit natürlich mir auch wieder Zeit sparen. Warum? Weil ich muss nur einmal diese Nachricht schreiben, muss nur einmal das tun und dann macht der das halt bei allen, die sich da angemeldet haben. Ob das 100 oder 500 sind, ist mir nachher vollkommen egal. Anschreiben über Gruppen und anschreiben des eigenen Netzwerkes. So, jetzt gehen wir mal live rein und so sieht der Link-Telper aus, wenn er gerade arbeitet. Das heißt, der macht gerade irgendwas und wir gucken hier mal was. Er sagt, er filtert gerade die Kontakte und hat jetzt die Kontakte fertig gefiltert. Wir springen jetzt hier rein und dann seht ihr hier, er schreibt jetzt jemandem eine Nachricht und dann seht ihr dann gleich hier unten, schreibt der Isabel gleich eine Nachricht, weil sie neu in meinem Netzwerk ist und dann sagt er der Isabel mit Sicherheit, Hallihallo, liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Netzwerk, das, was ich gerade gesagt habe und da könnt ihr mal gucken, wie da meine Nachricht dazu ist und die copy-pastet er jetzt natürlich rein. Also ich habe auch im Link-Telper die Möglichkeit zu sagen, du sollst das tippseln, aber das macht ja keiner. Also humanoides Verhalten ist ja copy-paste und nicht, ich schreibe jetzt hier irgendwie 600 Leute pro Woche händisch an mit exakt denselben Text, mit exakt der gleichen Typografie, das ist natürlich Quatsch. So, ne, und dann sendet er das jetzt ab und dann gucken wir uns das gleich mal an, wenn er es abgesendet hat. Dann machen wir hier auf Stop und dann ist hier diese Vermilchung gleich weg und dann könnt ihr sehen, das ist jetzt meine Nachricht, herzlich willkommen in meinem Netzwerk. Ich hoffe, das respektvolle Du ist okay. Ich verzichte mal auf den Pitch oder, also ich gebe jemandem noch die Möglichkeit. Faszinierenderweise sagen da viele, nee, hau mal raus, was machst du denn? Aber dann habe ich die Erlaubnis und ich habe hier eine coole WhatsApp-Gruppe, gerne mit dran teilnehmen, wo ich halt wirklich versuche, täglich, wöchentlich, zwei, drei Impulse mit reinzuballern, die man auf LinkedIn gar nicht mehr bekommt. Warum? Weil der Feed halt so riesig ist. Also ich versuche das auch immer sehr stark als Extrakt zu betrachten, und die Leute, also da kriegst du keinen Spam von mir, also guckst dir an, wenn nicht, dann nicht. Alles gut. So, wie machen wir das jetzt? So, wir können jetzt sagen, wir gründen hier eine neue Kampagne und sagen mal, wir wollen uns mit neuen Menschen vernetzen. Dann sagen wir invite and follow up und dann sagen wir, jawohl, wir möchten die kreieren. Ich mache mal mein Gesicht weg, dann seht ihr den vollen Bildschirm. So, und dann sage ich, möchte ich eine Nachricht schreiben? Meine Empfehlung ist nein. Also, vernetzen ohne Nachricht. Das heißt, ihr löscht das raus, safe and close, nächster Schritt. Also wenn ihr das hier leer lasst, macht er nichts. Und dann könnt ihr sagen, ich möchte, dass der Link-Telper die Vernetzungsanfrage zurückzieht, falls der andere sie nicht annimmt. Ich empfehle hier 14 Tage. Warum? Weil wenn jemand 14 Tage nicht online war oder 14 Tage online war und eure Vernetzungsanfrage nicht angenommen hat, da hat er einfach kein Interesse. Und LinkedIn findet es halt komisch, wenn ihr irgendwie 8000 Vernetzungsanfragen habt, die nicht angenommen wurden. Ist ja nachvollziehbar. So, und dann könnt ihr jetzt hier, das ist, wenn derjenige angenommen hat und dann seht ihr hier schon, ihr habt hier so Operatoren, First Name, Last Name, Company, Position und da könnt ihr natürlich jetzt was Cooles basteln. Also ihr könnt jetzt hier sagen, hallo, First Name, Wie läuft's bei Company und so weiter. Also ihr könnt hier was bauen. Ich persönlich, ich habe meine Nachricht gesehen, da steht nur, hallo, First Name. Ich hoffe, das respektvolle Du ist in Ordnung. Das respektvolle Du ist übrigens auch immer wieder so eine Frage, duht sich, sieht sich. Ich sage immer, die 40 ist da entscheidend. Alle Menschen unter 40, glaube ich, kann ich pauschal duzen. Alle Menschen über 40 kann ich pauschal Ich persönlich habe mich dazu entschieden, mein Netzwerk, meine Regeln, das heißt, ich tue sie einfach alle. Und wenn sich daran jemand stört, freundliche Grüße gehen raus, gerne aus meinem Netzwerk rausgehen. Also wenn ich nicht nach meinen Regeln lebe, lebe ich nach Regeln anderer. So. Und jetzt kannst du hier sagen, du kannst nochmal ein Follow-up machen. Jeder von euch kennt es wahrscheinlich, diese Follow-up-Nachrichten. Hey, vielleicht ist meine Nachricht untergegangen. Guckt doch nochmal, klickt doch hier nochmal drauf. Ich persönlich finde es zum Kotzen. Also wenn jemand sich mit mir vernetzt und darauf nicht reagiert, dann kriegt er in diesem Flow keine Follow-up-Nachricht. Aber das kann ich hier natürlich, kann ich den Haken rausnehmen. Dann kann ich hier was reinschreiben und dann kann ich hier sagen, schreib den doch mal nach vier Tagen. Und dann kann ich auch schreiben, hallo, ich habe dir vor vier Tagen ja eine Nachricht geschrieben. Ich finde es komisch. Aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden. So. Und jetzt sagt er, okay, wir sind ja quasi jetzt schon fertig. Möchtest du denn gleich deine Zielgruppe hinzufügen? Das nennt sich Queue beim Link-Taper. Und dann sage ich ja. Und ich sage, ich möchte über LinkedIn gehen. Und dann gibt es die Möglichkeit Sales-Navigator, Recruiter oder ich habe einen Link. Also oben aus dieser URL-Leiste hast du einen Link. Ich habe jetzt nur LinkedIn. Und ich möchte jetzt bitte starten auf der Suchseite. So, jetzt navigiert er automatisch in die Suche. Und jetzt gebe ich dir zwei, drei ganz wichtige, ganz wichtige Hacks. Hacks, Hacks. Und zwar ist es jetzt tatsächlich wichtig, suchen, du hast in der kostenlosen LinkedIn, ich nutze LinkedIn ohne Plus-Premium, wie auch immer, hast du nur ganz wenige Suchanfragen an den LinkedIn-Server. Dann graut sich das so aus und dann steht da, hier, mach gerne LinkedIn-Premium oder sowas. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein mit unseren Suchanfragen oder zumindest ein bisschen sparsam. Weil, wenn ich jetzt hier sage, ich gebe jetzt hier oben mal Geschäftsführer ein, ich will mich jetzt, oder ich gebe Fullstack ein. Wenn ich suche, suche ich jetzt Bewerber. So, ich sage mal Fullstack. So, und dann sage ich hier Personen. Ich will ja Personen finden. So, dann sagt er 1,4 Millionen Menschen, aber das sind ja jetzt alle. Alle, die irgendwas mit Fullstack haben. So, und jetzt kann ich sagen, ich will ja nur Menschen, mit denen ich noch nicht vernetzt bin. So, das war jetzt eine Suchanfrage. Jetzt kommt die zweite. So, und wenn ich dann sage, ich will nur Menschen, die aktiv auf Suche sind. Dritte. Und so weiter. Also, ihr müsst, sparsam sein. So, jetzt könnt ihr nämlich auf alle Filter hier klicken. Und dann könnt ihr das nämlich alles in einer Maske machen und generiert nur eine neue Suchanfrage. So, und dann kann ich sagen, ich suche Menschen in Deutschland. Ich kann es aber natürlich auch sagen in Stuttgart oder im Umkreis Stuttgart. Im Umkreis sagt man meistens so 25 Kilometer, glaube ich, in LinkedIn. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte Menschen, die aktuell bei Deloitte arbeiten oder die früher bei Microsoft gearbeitet haben. Ich möchte Menschen haben, die in der Branche Softwareentwicklungen sind. Ich möchte Menschen, und das hier ist tatsächlich eine ganz coole Einstellung, die wenige kennen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ah, okay, der muss halt gut Englisch können oder ich will jemanden, der gutes Deutsch kann, würde ich nicht nach der Sprache gehen, die der angibt. Also, bei mir steht jetzt nicht Deutsch verhandlungssicher drin. Also, das heißt, wenn ich jetzt nach Deutsch suche, findest du den Martin Jäger nicht und ich kann relativ gutes Deutsch sprechen. Aber, wenn mein Profil jetzt beispielsweise auf Englisch ist, ich aber Deutsch bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Profilsprache Deutsch ist. Also, dass ich die auf Deutsch eingestellt habe. Das ist für viele ein guter Filter. Wenn du wirklich sagst, ich brauche Menschen, die halt Deutsch sind, Deutsch sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn die Profilsprache Deutsch ist, auch das natürlich nicht immer, nicht überall, aber es geht ja um Wahrscheinlichkeiten. So, und dann kannst du hier nämlich jetzt dann eingeben, Geschäftsführer. Und das ist cool, weil bolsche Suchalgorithmen oder Geschäftsführerin, weil Sternchen funktioniert in LinkedIn nämlich nicht. Das funktioniert nur bei Xing. Also, Obacht, wer hier mit Sternchen arbeitet, kriegt kein Suchergebnis oder kein gutes oder CEO. Und dann sage ich immer not, Klammer auf, weil das gehört jetzt zusammen, Assistentin oder Assistent. weil wenn du in LinkedIn suchst, findest du ja jetzt hier unter den Fullstack-Entwicklern, ach so, ich habe jetzt, ja, ich bin wieder beim Geschäftsführer, es tut mir leid, wir bleiben mal beim Geschäftsführer. Wenn ich jetzt hier Geschäftsführer eingegeben hätte, wäre jetzt die Ergebnisse ganz häufig gewesen, Assistentin der Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt das hier anwende, habe ich ein sehr granulares Suchergebnis. Das ist zu granular und das liegt wahrscheinlich daran, dass hier oben Fullstack-Entwickler steht. Das hier mal wegnehmen und alle Fälle. Ach so, nee, wir haben ja hier die, nur die Software-Entwicklung und nur in der Region Stuttgart, das kann schon sein, dass die Menschen, dass das nur sieben Menschen sind. Ja, genau, aber jetzt habe ich eben hier Geschäftsführer in der Software-Entwicklung und das sind höchstwahrscheinlich, das entspricht wahrscheinlich ja auch den Suchergebnissen. Und jetzt kann ich eben sagen, da muss ich mein Bildschirm wieder wegmachen, Start Collecting, also mit sieben Leuten würde das jetzt natürlich wenig Sinn machen, aber im Normalfall gibt es dann hier, jetzt machen wir es mal ein bisschen auf, damit wir hier auch ein Suchergebnis haben. Jetzt machen wir hier die Software-Entwicklung weg. Da haben wir mit Sicherheit ein paar mehr und jetzt sagen wir hier Start Collecting und dann fotografiert er hier die Suchergebnisse ab und geht auf die nächste Seite und ihr werdet dann hier sehen, Collected 10 von maximal 1000, die er pro Suche machen kann, in dem Fall sind es 46, weil ja 46 die Gesamtzahl ist und jetzt scrollt er und geht auf Seite 2. Fotografiert die Ergebnisse wieder ab. Warum ist das wichtig? Weil er dann keine neue Suchanfrage generieren muss. Das heißt, er gibt dann oben Martin Jäger ein, anstatt über diese Suche zu gehen und das bringt euch natürlich so weit, dass ihr sagt, ihr braucht halt eine Suchanfrage pro Monat, dann kannst du 1000 Leute hinzufügen, du hast 100 Suchanfragen, 100 Vernetzungsanfragen pro Woche, das heißt, du kannst ja pro Monat nur 400 bis 500 Anfragen raushauen und kannst aber jeden Monat weit über 1000 in diese Liste oben reinkippen. Genau. So, und jetzt kann ich das mal abbrechen. Ich muss jetzt nicht warten, bis er alle hat und jetzt sehen wir in diesem Workflow, in diesem Workaround, den wir jetzt geschaffen haben, sehen wir jetzt die Liste und da sehen wir die Menschen. Und dann können wir jetzt sagen, ah, okay, hier gibt es irgendjemanden, jetzt sage ich, ah, ich habe eine Vereinbarung, dass ich von gewissen Firmen keine Leute abwerbe oder so und dann kann ich hier die Liste auch immer aktualisieren und kann dann sagen, okay, ich schmeiße den jetzt hier aus dieser Liste raus, weil dann würde ich vertragsbrüchig werden. Gerade für Headhunter, die ihren Kunden Bestandsschutz geben, natürlich eine extrem wichtige Voraussetzung oder dass du sagst, du filterst da auch nach Namen. Das ist tatsächlich etwas, was natürlich wichtig ist, auch diese Liste einmal sauber zu überarbeiten, weil natürlich wird es da Leute geben, die sind da trotzdem drin, obwohl sie da nicht reingehören. Also nimm dir die Zeit, auch wenn das Tausend sind, Tausend ist extrem viel, ist extrem anstrengend für die Augen, aber dann verteil es auf zwei Tage oder sowas, aber guck dir auf jeden Fall diese Liste an und bereinige die, kann ich dir aus eigenen Erfahrungen sagen, es ist nicht schlau, die einfach laufen zu lassen. Genau. So, und dann ist das so und dann gibt es jetzt noch zwei, drei Tipps von mir, nämlich immer hier rechts, also erst mal in den Plug-in-Store bitte gehen und hier gibt es Sachen, die sind hier blau. Bitte einmal alles downloaden, das sind immer so ein Megabyte Applikationen und dann kannst du aber diesen Flow hier sehr genau justieren. Ich gehe jetzt mal durch. Wichtig ist, jedes einzelne Fältchen hier bitte anpassen, also überall nochmal reinklicken und immer gucken, ganz unten ist die wichtigste Einstellung, nämlich hier zu sagen, der macht jetzt alle zehn Profile, eine Minute Pause, braucht zwischen 20 und 60 Sekunden, um zum Profil zu navigieren. Das ist natürlich viel zu viel. Ich persönlich sage hier immer 25 Profile, ich sage immer Copy-Paste, also Insert, er soll nicht schreiben und ich sage immer hier zwei bis 30 Sekunden. So, bitte das auch nicht zu knapp einstellen, also nicht zwei bis vier Sekunden oder sowas machen, warum? Weil dann fällt es halt wieder auf. Also, wenn da immer jemand nur zwei Sekunden zum Klicken braucht, das ist eben nicht humanoides Verhalten. Und dann habe ich hier natürlich noch ganz viele Justierungsmöglichkeiten. Ich kann sagen, der soll nur eine gewisse Anzahl von Stunden jetzt dieses eine Thema machen. Ich kann sagen, ich vergebe hier Tags. Also, wenn du momentan null Leute auf LinkedIn hast, wäre es eigentlich ganz cool. Ich kann bei 18.000 gar nicht anfangen und aufhören. Aber da könntest du jetzt natürlich sagen, okay, wir haben ja Geschäftsführer in Stuttgart gesucht. Der kriegt jetzt hier den Tag Geschäftsführer Stuttgart. Und dann kannst du hier eben noch ganz, ganz viele Sachen einstellen. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Wenn da Interesse ist, kann ich da aber vielleicht mal ein separates Video zumachen. Gerne in die Kommentare schreiben. So, Check for Replies. Da drauf vielleicht nochmal eingegangen. Wenn du das drinnen hast, ist das ganz cool, weil dann siehst du quasi Studien, Statistiken, dann kannst du Auswertungen, welche Nachricht hat wie besser funktioniert. Allerdings ist das Problem, dass du die Nachrichten nicht mehr in LinkedIn oben als neue Nachricht siehst. Warum? Weil der ja draufklickt. Ich persönlich finde das doof. Ich nehme das meistens raus. Wenn du jetzt allerdings sagst, ihr seid zehn Rekruter und ihr wollt mit dem Linkthelper arbeiten und wollt das, was im Linkthelper ist, beispielsweise auch in ein CRM überführen, auch das geht, dann macht es natürlich Sinn, dieses Check for Replies drin zu haben, weil du dann natürlich sehr coole Auswertungen erfahren kannst. Dann kannst du sagen, okay, jeder schreibt mal eine coole Nachricht. Alle schreiben, du schreibst jetzt den Fullstack-Entwickler in Baden-Württemberg, du Bayern, du Niedersachsen an und dann lässt du das mal einen Monat laufen und dann guckst du mal, wer hat welche Nachricht, wie erfolgreich versendet und dann kannst du daraus ja wieder ein Best-Practice ziehen. Genau, wie gesagt, ich lösche es raus, löschen hier oben einfach auf den Button gehen und wenn du jetzt hier neue Sachen dazu hinzufügen möchtest, kannst du hier auch neue Aktionen hinzufügen. Das, was wir gerade gemacht haben, sind vorgefertigte Kampagnen, also dahinter liegen gewisse Bausteine. Du kannst aber natürlich auch diese Bausteine alle einzeln hinzufügen, indem du halt reingehst und hier auf das Plus klickst und da siehst du schon, du hast hier relativ viele Möglichkeiten, hier zum Beispiel Bestätigung der Kompetenzen, du kannst hier den Datensatz an ein externes CRM senden und so weiter und so fort. Oder wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte doch Check-for-Replies haben, das habe ich ausversehentlich gelöscht, kannst du hier einfach auf Add klicken und dann ist es halt drin. Wichtig ist halt, hier wieder rundoscrollen, gucken, kann ich da irgendwelche Action-Times einstellen, Check-for-Replies, nein, gut, weil ansonsten dauert halt irgendwie 20 Vernetzungen, weiß ich nicht, zwei Stunden und das muss natürlich nachher nicht sein. Genau, soweit mal die Grundeinstellungen oder die Grundthemen, damit du mal so siehst, das ist jetzt kein Hexenwerk und alles nicht dramatisch und wie gesagt, wenn wir hier jetzt nochmal in der Folie zurückgehen, das hier würde ich dir empfehlen einzustellen. Ich habe bewusst diesen Screenshot von einem Kunden genommen. Warum? Weil wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht so viele Kontakte hast, macht es keinen Sinn, großartig jetzt zum Beispiel die Bestätigung der Kompetenzen zu machen. Du brauchst bei zehn Leuten jetzt nicht machen. Also immer die Automatisierung wählen in deinem Individualfall. Also nicht einfach mal alles einstellen und gucken, was passiert, sondern immer peu à peu und vor allen Dingen, du bist jetzt höchstwahrscheinlich wesentlich inaktiver und kannst jetzt natürlich sehr stark in die Aktivität gehen und auch das wäre komisch, wenn du von, ah, der ist manchmal online und der verschickt mal zwei, drei Netzwerkanfragen auf. Okay, der macht jeden Tag 20 Vernetzungsanfragen, schreibt jeden Tag 50 Leuten, schreibt jedes Mal, wenn jemand Neues ins Netzwerk kommt, Hallihallo, wie geht's denn so? Dann wird das natürlich auffällig. Also zieh das Tempo langsam an. Da kommen auch manchmal neue Funktionalitäten hinzu. Da kam jetzt hier dieser Boost, Beitragsbooster dazu. Das ist totaler Quatsch, weil du dann unten in den Kommentaren endlos Leute markieren kannst, was totaler Stumpfsinn ist, aber irgendwie hat es jetzt der Link-Helper als super innovatives, geiles Tool. Also diese Funktion gehypt, totaler Quatsch, aber naja, sei es drum. Genau, also. Fünf Gründe, warum nicht? Fünf Gründe, warum? Warum nicht? Individuell bist du halt nicht. Du kannst natürlich bessere Copy-Paste-Nachrichten schreiben und schlechtere, aber individuell wirst du nicht sein. Du hast natürlich keine Gefahr, gesperrt zu werden oder weniger. Ich wurde, wie gesagt, dreimal kurzfristig gesperrt. Warum? Weil ich zu viele Tabs offen hatte, obwohl ich nicht automatisiert hatte. Es verstößt gegen die LinkedIn-Richtlinien, das muss man ganz klar sagen. Shit in, shit out. Das ist auch wieder so ein Prozess. Wenn du halt diese, hallo Herr Schmidt, das ist meine Homepage, das ist das Portfolio. Manche hängen da ja auch eine PDF mit an. In der IT-Security-Awareness-Schulung musst du ja komplett Jahre gefehlt haben. Wenn du von einem Fremdenkontakt einfach mal auf alle Links klickst und dir die PDFs reinziehst, shit in, shit out. Ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, schlecht automatisierte Nachrichten kotzen uns ja alle an. Also wenn du jetzt auch eine schlecht automatisierte Nachricht bekommst, die finden wir alle nicht nice. Also deswegen die Frage, wie findest du selber automatisierte Nachrichten? Natürlich nicht die guten. Die guten wirst du höchstwahrscheinlich gar nicht erkennen. So, fünf Gründe warum. Wann, wie oft kommst du auf diese 100 Netzwerkanfragen? Das ist halt so die erste Bastion. Du kannst halt, wenn du jede Woche 30 Leute neu ins Netzwerk, das sind über zweieinhalbtausend neue Kontakte im Jahr, die du unlimitiert anschreiben kannst, die dir Sichtbarkeit bringen, Reichweite, denen du Fragen stellen kannst. Super. Du kannst tausend Event-Einladungen pro Woche rausballern. Wie oft nutzt du das? Kannst du eben mit dem Link-Taper auch sehr gut automatisieren. Wie oft begrüßst du neue Menschen in deinem Netzwerk? Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Das hat bei mir vieles verändert, seitdem ich einfach den Leuten ein Hallo schreibe, ohne Pitch, ohne gar nichts oder eben nichts schreibe. Ist ein ganz anderes Engagement da. Warum? Weil jemand kommt ja in mein Netzwerk, also kommt in mein Büro rein und ich sage halt einfach, ey, ich bin der Martin, ist das du okay? Ist halt was anderes, wie der kommt rein, ich gucke kurz und mache halt einfach weiter. Genau. Wie oft machen Menschen schlechte Copy-Paste-Nachrichten und nutzen dafür Zeit? Das will ich damit sagen, ist vielleicht ein bisschen verkapselt der Satz. Das heißt, es gibt ja Recruiterinnen und Recruiter, die setzen sich hin, haben ihre Standard-E-Mail, gehen in LinkedIn und machen das aktiv. Also die klicken dann da drauf und gehen auf Nachricht und Copy-Pasten ihre Nachricht und geben oben nochmal Platzhalter, Herr, Frau und gibst dann halt Hallo, Herr Müller ein. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn das halt ein Arbeitsprozess ist, den kannst du halt automatisieren. Das ist smart, wenn du es dann automatisierst. Und natürlich die Frage, wie viel kenne ich aus deinem Netzwerk, ist natürlich immer die Diskussion und also auch eine wichtige Diskussion und auch eine, die man führen kann und führen sollte. Wenn du 10.000 Kontakte hast, behaupte ich, bei 9.980 Kontakten bist du einfach eine Datenleiche und die sind bei dir eine Datenleiche. Also das heißt, die kennen dich nicht, die haben dich nie wahrgenommen, außer du schreibst viel Content oder likest oder kommentierst viel, die meisten halt nicht. Und dann war es das halt. Also dann hast du einfach 10.000 Kontakte. Also das ist die Aussage. Du interagierst nicht mit denen, das hat nichts mit deinem Outreach zu tun, das hat nichts mit deinem, wie viele Bewerber lernt der kennen, wie viele neue Kunden lernt der kennen, sondern es ist einfach nur eine Zahl, der hat da 10.000 stehen. Und mit allen, wo ich in die Diskussion komme, ist eigentlich so die, ja, ich will die nicht nerven. Und meine Antwort ist immer gleich, okay, jetzt nehmen wir mal 10.000 Leute und du schreibst die alle an und 2.000, also sehr viel, 2.000 sind so genervt von dieser Nachricht, dass sie sagen, oh, ich löse die Vernetzung auf. Und 5 kaufen und 2 bewerben sich. Wäre es dir das wert? Und das ist die Frage, die ich dir jetzt stellen will. Ich persönlich glaube, dass wir viel zu viel auf diese Zahlwert legen und viel zu wenig auf die Qualität dahinter, was eben für mich als Geschäftsführer Leads oder Kunden oder Anfragen oder Bewerber sind. Für dich wahrscheinlich auch. Und trotzdem trauen wir uns nicht, weil wir sagen, oh, wenn da jetzt 50 aus meinem Netzwerk rausgehen, ist doch wurscht. Also meine persönliche Meinung ist, das ist vollkommen wurscht. Wenn du eine gute Nachricht schreibst, ist das marginal. Also reden wir über Promille und nicht über Prozent, die dein Netzwerk verlassen. Also ich mache das jetzt seit einem Jahr und mein Netzwerk wächst stetig. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich jeden Tag Content mache. Also das eine zahlt auf das andere ein. Wenn du nur automatisierst und kein Content machst, dann ist das gut, aber dann wirst du andere Resultate haben wie jemand, der automatisiert und individuellen Content schreibt. Warum? Weil ich dann natürlich nochmal eine ganz andere Ebene bediene, ein ganz anderes Plateau habe. Genau, aber das ist eben die Frage. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Also wenn du 10.000 Kontakte hast oder 100 oder 50 oder 10.500, ist es dir wert, auf 50 Prozent der Kontakte zu verzichten, die du höchstwahrscheinlich eh nicht kennst, um fünf Kunden zu generieren? Meine Antwort ist ja. Gib mir gerne mal deine Antwort mit auf den Weg. Und ansonsten haben wir hier noch die Q&A, die haben wir gestartet und da war eben so ein bisschen auch die Frage, wie justiere ich das nochmal nach? Das habe ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher als in dem Live-Webinar gezeigt und habe hier nochmal zwei, drei Folien mit drin. Bock, was mit mir zu machen? Da habe ich nochmal den Terminbuchungslink mit reingemacht und hier sind dann einfach nochmal meine Kontaktdaten. Also wenn ihr Lust habt, die Präsentation ist unten in den Kommentaren verlinkt und ansonsten jederzeit gerne melden und ich versuche alle eure Fragen zu beantworten und gebt mir auch gerne mal mehr mit, ob ihr irgendwie nochmal was von der Software wissen wollt, ob ich irgendwie nochmal ein Video zu einer speziellen Funktion machen soll oder nicht. Und ansonsten huntercoach.de, es gibt ganz viele, ich habe dieses Jahr glaube ich 35 kostenfreie Impulsthemen schon auf der Homepage drauf und versuche da immer aktuell zu sein. Also auch wenn ich dieses Webinar nochmal halte zum Thema LinkedIn automatisieren, wird das wieder ein anderes Webinar sein. Ich bin nicht jemand, der quasi die Folien dann wieder rausholt und die ein Jahr lang einfach zeigt, sondern da tut sich ja momentan auch viel und wie gesagt, es wird auch mit dem Thema KI mit Sicherheit nochmal einige Updates geben zum Thema Automatisierung. Wenn dich das interessiert, schreibt gerne, abonniere natürlich den Kanal. Bleibt gesund und freundlich.